Das nächste Stück, das wir spielen, soll die Verbundenheit zeigen zwischen allen Musikern hier, die versammelt sind, oder allen Musikern auf der ganzen Welt, egal, ganz egal, wo sie sind. Und das Stück ist von Jakob de Haan, einer der bekanntesten Blasmusikkompanisten überhaupt. Das Stück heißt Friends for Life, Freunde fürs Leben. Das Stück heißt Friends for Life 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.